Kühlbehälter Ja, da steht dann immer das Wasser. Da wird geschöpft. Kühlbehälter. Da gibt es Wasser zu trinken. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt alleine bin. Auf dem Areal, auf dem Territorium. Hier kommt das Gläser an. Der kann direkt hier aufzuhören. Oh, hier, Fadon. Fadon, das schmeckt gut hier. Das ist Klebreis mit Banane und hohes Milch. Das wird eingepackt in solche Blätter. Und das ist eine Süßspeise. Das schmeckt sehr gut hier. Gestern habe ich diese kleinen, winzig kleinen Käfer gegessen. Und da hat Militär aber zu spät gesagt, dass man da aufpassen muss, dass die im Stachel haben. Da glaube ich führe ich heute noch. Das ist immer alles kaputt. Aber das nimmt ein Soldat, alles in Kauf. Da muss man durch. Ansonsten ist es halt ein Abenteuerurlaub. Ohne Beispiele. Wie im Vietnamkrieg. Also die, das Bad sozusagen und die Toilette, das möchte ich ja gerne noch mal vorführen. Nur das muss ich auch mal machen, wenn ich ganz alleine bin. Weil das mögen sie nicht, dass sowas öffentlich preisgegeben wird. Aber das ist ja eine Sehenswürdigkeit. Das gibt es ja nicht noch mal. Und die Kühne. Die Kühne. Und die Kühne. Gernotter. Vielen Dank.